Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Adventure Together Minecraft Cubing, euer affenstarkes Minecraft-Lpt mit dem Zombiesock der Hannibal-LP und mit mir, Baumeister Hiyuga. Waaahhhhhh Oh maam! Hey! Ich hab auch noch eins, hier! Was hast du denn gekauft? Schiene. Ah, ich brauch ja Schiene. Maam. Oh nein, das sind nicht so viele Minecrafts. Ich boxe dich aus deinem raus. Bäm, 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 so. So, okay. Ähm. Alles behalte ich auch mal hier. Verdammt, meine Minecraft ist weg. Oh, cool. Testing-Area-Checkpoint. Ah, cool. Hier sollten wir mal Homes-Town machen. Set. Oh. So. Haben wir hier. Nice. Übrigens, Hiyuga, du kannst jetzt, wenn du ne Waffe hast, rechtsklick machen zum Blocken. Was? Das muss ich direkt mal austesten. Oh, geblockt hier. So, eine Chest. Ah, ist nix drin. Hey, LCD. Oh, LCD. Aber unten, äh, unten war doch noch irgendwas gewesen, oder? Das ist doch da hinten hier... Das hier ist ein Checkpoint gewesen. Ah, hier beim Desk. Das ist die falsche CD. Monster. Ja. So. Ähm. Und hier sind... Drück den Knopf. Push der Button. So. Verdammt. Place all items here. Wir müssen alles zurückgeben. Das Essen würde ich an unserer Stelle jetzt behalten, aber den Rest kann ja nicht... das Essen brauchen wir. Ich versuche da durchzukommen. Was machen wir genau? What? Place all items here. Okay, dann kriegen die das weg und das, aber das Essen behalten wir. Sie können ja alles haben, aber nicht unser Essen. Danke. Hm, nicht den leckerer Hamburger. Oh, ich hätte die ganze Zeit die Tortes behalten. Händchen die Hamburger, dafür kriegst du Hamburger. Guck mal Hamburger. Hm, Hamburger. Lecker lecker. Ich nehm's einfach mal. Und, äh, in den Wald. Oh, was? Woooah. Oh, noo. Wow! Wald! Oh, hier sind überall Schilder. Oh, cool. Oh, cool. Well, I'm already bored. Good job. Oh, oh, was ist das? Wenn du diesen Weg gehst, dann zeige ich dir eine coolere Mühle. Wenn du diesen Weg gehst, dann zeige ich dir wieder um. Hey, verdammte Axel, was ist das denn für dich? Ein Zombie! Aber nicht Zombie-Zock! Ein Milcher-Zombie! Oh, verdammt, da kommt noch einer! Hey, Gammelfleisch! Guck mal das Gammelfleisch an! Oh, verdammte Axel, Hilfe! Oh, ich habe einen Kopf bekommen, guck mal! Wie das aussieht. Na, hast du deinen Kopf wieder vergessen? Wir haben ja auch alle Items zurückgegeben, ne? Das ist jetzt auch noch close! Oh, guck mal, noch ein Kopf! Dig down for cool mind, it's awesome! Okay! Verdammte, ist ja nichts. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie da reingraben, oder? Also, warum stehen wir denn hier zu drei, drei? Ups! Ich glaube, wir müssen uns doch einfach hier reingraben, die da ist immer noch irgendwas. Ich sehe nicht, verdammte Axt! Na toll! Vielleicht müssen wir uns das Werkzeug bauen. Ja, theoretisch könnten wir uns doch... Theoretisch könnten wir uns Werkzeug bauen, ja. Ja, dann müssen wir anfangen, hier zu Minecraften. Ja, so wie im Standard, ich gucke nicht so lange mal oben, vielleicht weniger was. Okay, ich fäll' mir ins Weinbau. Ja, ich mach auch mal hier. So, willkommen hier bei Let's Play Minecraft. Erstmal bauen wir ein bisschen Holz ab. Könnten wir wirklich machen, wir könnten hier wirklich jetzt ein Haus aufbauen. Ja! Achievement get! Getting what? Oh mein Gott, ich habe eine Achievement! Ich kann nicht glauben, es ist so großartig, ich habe nie eine Achievement bevor! Das ist absolut ein Mögen! Wie sehen denn Leute, wie ich hier nubigerweise Minecraft rumcrabble, wo ich gar keine Ahnung von diesem Spiel habe? Oh mein Gott! So! Nein, ist auch falsch! Oder? Ich brauchte doch vier Kisten hier, genau! Hab ich den Crafting Table! Achievement get! Benchmarking! Oh Mann! So! Setz ihn hin! Ja! So! Bam! Da ist er! Cool! Ach, ihr habt auch schon eine Werkbank! Cool! Ich hab schon Steinwerkzeug! Toll! Och Gott! Du, 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 du Imbafi! Ich brauch noch ein bisschen Holz hier holen! Ist doch krank! Ja! Der einfach schon Steinwerkzeug hat! Ja, ne? Sau, ey! Echt mal! Ich find's immer so schön, wie manche Leute, die ja Let's Play beginnen und dann erstmal die ersten 20 Folgen mit Holzwerkzeug rumlaufen. Ja, ich frag mich auch wie ein gewisser anderer Let's Player, der jetzt plötzlich damit angefangen hat, Minecraft zu spielen und das auch noch blind damit umgehen wird. Das wird interessant! Ich frag einfach mal sinnlos gerade runter! Oh ja, cool! Ähm, ähm, ähm! Verdammt! Das weiß ich natürlich nicht, wie baue ich mir jetzt hier! Irgendwie sollte doch dabei, äh... Also, 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 ich erzähl dir das! Hast du schon Stöcke gemacht? Ja, hab ich schon! Ah, ich, 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 ich weiß was, welchen Fehler ich gemacht habe! Den, ja! Haha! Ja, ich hab das irgendwie falsch miteinander! Ich hab versucht, äh, die Stöcke vollkommen zu verkraften! Nein, ich brauchte ja auch noch ein paar Holzblöcke! So, jetzt hab ich hier auch meine... Holzaxt! Ich hab schon einen Stein! Meine Holzpicke hier! Oh mein Gott! Ja, ich hab... Ich hab nur Holz! Oh, Kohle, Kohle, Kohle! Aua! Aua! Ähm! Seid doch alle so... ... dumm! Haha! Ja, ich kann immer noch als Ausrede sagen, dass ich eigentlich so gut Minecraft spiele, wie jemand, der nicht gut Minecraft spielt! Ich glaub weiter runter! Ich glaub weiter runter! Ich hab auch... Ah, das ist die... Boah! Heißt du? Hanni! Ah! Die Mine! Wir haben sie gefunden! Wir haben sie gefunden! Wir haben die Mine gefunden! Wir haben die Mine gefunden! Wir haben unsere ganze Zeug da weglegen sollten! Stand auf der Truhe! Mua! Genau! Und weil wir brave Freundchen sind! Ja, ich hab schon gesehen! Oh, ja! You are still gonna survive in here! Jep, this is the only mine that you are able to enter! That actually exists a bubble itself! Oh, stop! Ah, freedom! Oh, you don't have it! I can't see anything! It's so dark here! Oh, no! Where am I? Hell yeah! Hell yeah! And I'm hearing a skeleton! Hell yeah! Hat noch jemand bisschen Holz? Ich will mir ein Schwert bauen, wenigstens aus Stein! Wait, 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 wait! Wait, wait! I have... I have some! So, ich hab ein Steinschwert! Ich hab noch ein zweites bauen! Da ist Holz, direkt vor deiner Nase! Okay, da ist ein Steinwerk, Schwert! Okay! Ich hab einen Hammer, guck mal! Einen Gummihammer! Das ist voll der Hammer! Du hast den Tor, Hammer! Hallo? Ah, jetzt hat Hanni zwei Hammer! Hammer! If I had a hammer, I had it in the bone! Hab das nicht gesagt! So! Ich hab jetzt auch den Hammer! Das ist ein Hammer! Dadadada! Hammer! Wie du hier die Minen erkundest! Hammer! Einzigartig! Und okay! Hey! Dann müssen wir sofort einen neuen Minecraft Song draus basteln! Ja! So wie aus jedem verdampfen Lied! Äh! Und das ist mein Ziel! Ja! Ähm! Hallo! Da drüben geht's weiter! Cover it all! Cover everything you can! So! Zombie! Wo bist du hin? Ich bin hier nur hochgeklettert und hab mich umgeschaut! Hier drüben steht ein Schild! Ah, da hinten! Oh, es geht weiter! Ich muss doch Schilder lesen! Also, dann lies doch mal dein Schild deinem vor! Ja, ich komm ja schon! Da ist ein Schild! Haha, Schild! Hm! Please turn back! Trust me! Do it! Okay! Ich geh weiter! Endlose Weiten! Oh, ich seh Kohle! Ich nehm mal ein bisschen Kohle mit! Moment! Ich hab... Um, I don't think you should go this way! Aber ich will diesen Weg! Should go'n! Und am Ende fallen wir in die Lava und unten ist ein Schild! Ich hab's euch doch gesagt! So! Bööö! Ich hab langsam keine Fackeln mehr! Okay! Ich hab noch 12 Fackeln! Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da! Hier ist ein Schild! Wir warten am nächsten Schild für dich! Okay, 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 okay! Dammit! Get the concept of listening for God's sake! You bastards! You dirty bastards! Gonna die! Oh, now it's a dog here! Hey, da drüben! Da sieht's aus wie Kammer! What? What? Oho! Was haben wir hier nur gefunden, liebe Leute? Cubing, mineshaft, resting area! Aber da kommen wir nicht rein, oder? Wir brauchen einen Knopf! Wir brauchen einen Knopf! Wir haben Werkzeug! Stimmt! Stimmt! Demolition, Baby! Und auch mehr Schilder! Why are you here? Why are you here? Go back to the bubble! This isn't here for you to see! There is a gas leak in here that has very dangerous side effects, so please, just go back! Why aren't you listening to me? Go back! Ja, aber zurückgehen tun wir hier nicht mehr, liebe Leute! Wir gehen weiter! Aber nicht mehr in dieser, sondern erst wieder in der nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt Let's Adventure Together Minecraft Cubing! Eurem affenstarken Minecraft-LPT mit der Hannibal-LP, dem Zombie-Zock und mit mir, dem Hyuga und dem heiligen Hammer! Ja, der heilige Hammer! 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 Hammer!